Vor 25 Jahren war unser erster gemeinsamer Viehtrieb. 1900 und nichts. Eine verdammt lange Zeit. Was machst du, wenn du mit dieser Frau verkehrst? Du bist eine wundervolle Frau. Wir haben Sonntag geheiratet. Welche kleine Lady hat die wohl gemacht? Ehrlich gesagt war ich das, äh... Hallo, Bruder Phil. Mach das Gatter auf. Lass ihn raus. Ist das nicht zu früh? Lass ihn raus. Mach schon. Er ist nur ein Mann, Peter. Einer von vielen. Ein richtiger Mann muss geduldig sein, wenn die Chancen gegen ihn stehen. Was wäre ich für ein Mann, wenn ich meiner Mutter nicht helfen würde? Peter! Sie nicht retten würde. Hier draußen ist es verdammt einsam, Pete. Es sei denn, man hat den Bogen raus. Und es sei denn, wir sind nur es ein Mannska. Dann sind wir gegen alles. Einer von mir ein Hüter. Gelegenheit. Schyorischen Eskнибудь.